Mein Name ist Annette Vries, ich bin Praktikantin des Forum Zukunft im Börsen eines deutschen Buchhandels und organisiere auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse den Rundgang Fahrtfinder-Schauplätze der Digitalisierung. Wir werden mit euch da Stationen ablaufen, wo wir Verlagen und Technologieanmietern mal ein bisschen über die Schulter gucken und die Produkte und Geschäftsideen von morgen uns näher betrachten werden. Wir haben wundervolle Konfrontationen mit Firmen wie Zuka, Bookwire, Booktelook und vielen anderen und freuen uns über kompetente Ansprechpartner, die uns etwas mehr über ihr Unternehmen, ihre Produkte verraten werden. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter forumzukunft in einem Wort at boev.de